Tritratolala. Einfach mal ein Tränen zwischendurch Schwenkewehren. Weil meiner Meinung nach bis dahin ist es ja noch ganz okay, aber ab hier wird es denn schon wieder imposant. Der Haufen da hinten sieht ja schon mal krass aus. Und die Aerosolbombe, die da hier davor hängt. Sehr ungewöhnlich. Also wieder so ein Fall von, habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Weil das ist ja kein hoher Chemtrail. Das ist ein sehr tief hängender Aerosolstreifen. Aber auch so war es heutzutage. Gleich zu finden. Ja, in die Richtung ist es ja nicht mehr so schön. Gut. Reicht. Danke. Danke.